Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Show Gameplay Video Ich zeige euch den Barbaren der ich im Let's Play Mein erstes Let's Play das ich fertig gemacht habe Die Story vor allem Und ja, es hat sich so verändert Ja, es ist viel höher im Level Natürlich viel mehr Attributs Punkte Viel mehr MF Hier Das ist jetzt das MF Equip, also das Magic Find Chance von Gegnern bessere Items zu finden Oh, ich habe nur einen Schwer, ah das andere Schwer, das sicher So Das ist schneller Was ist da? Ehm, rechts zunächst So Jetzt habe ich das Kampf Equip eigentlich Jo Und jetzt schauen wir nochmals Ja, der Schatten ging jetzt hin und runter, weil die Schwerter auch nicht so gut sind Zu viel Damage kloppen Aber die Defensive, die Attack Rate ging hoch Die Resistenzen ging hoch Jo Aber da könnte man eigentlich Wir buffen uns erstmal Und dann zeige ich nochmal die Werte Sonst macht das ja keinen Sinn Sonst macht das ja keinen Sinn Achtung, böse Dämonen und Bestien So Komm du So nochmal schauen Jetzt haben wir 18-19k Schatten 17-18 bei Wirbelwind Defensive ging hoch Life ging hoch Stamina ging hoch Mana ging hoch Ja Ja Okay Ja, ich musste die guten Waffen zuerst finden Dafür habe ich hier Eine Glorifixion of Creation gefunden Äh Gefunden Das ist wirklich absolute Elite Eigentlich ist das nur Ding besser Glorifixion of Elementals Besser Mehr Schaden und so Mehr Resi Ja, das ist ja gar keine Resi Aber es ist zwar richtig 6 Skills und das 460 Ich bin 64 Äh 46 Jetzt Also Machen wir es kurz Buff So Sie sagen, ich gehe langsam schon ab Sie sagen, ich gehe langsam schon ab Ja Die Gegner haben sehr viele Resistenzen Von fast Ja, Immunität meine Das sieht man hier Okay, wir mussten nichts durch Wir müssen die nicht sehen Oh, da hat jemand eine Macht Was ist das? Was ist das? Kein Entkommen Ich werbele mich durch Ich werbele mich durch Ja Scheutern macht Aura Gegner Ja, und das ist hell wie man hier oben sieht Der liegt hier Der liegt hier Der höchste Schwierigkeitsbericht Ja, auch Die Gegner haben hier eine Fanat-Aura Fanatismus Extrem viel Damage Extrem viel Angestgeschwind Richtig schwer Ja Oh, toll Ein bisschen Mana Ja Ja, die Geister haben extrem Mana Burn Mit einem schlafen die ganze Mana weg Und hier auch, wenn sie Mana Burn haben Als Fairy Cat Ja, toll Hier wollte ich mal ein bisschen Ja Mehr Solche Axt Kriege Die Clans Wollen nicht Mich Töten Probieren Ja, toll Das wäre da noch Cool Also Neues Leben Neues Glück Neues Leben Stets zu Diensten Ja, ein Fader mit 1 Superbound Scalers Ohja Ohja Es está Es wird Ja das ist Ja das ist Es ist Ja das ist Ja das ist Freude So, jetzt können wir uns hier ein bisschen nachzuholen und Fade, hab ich schon Millionen Mal gefunden. So, jetzt können wir uns hier ein bisschen nachzuholen. Okay. 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 Gut mir leidse. Ich hab dich tot getanzt. Hmmmm, Suppe, Tomatensuppe, lecker, sooo, ich glaub nix gescheites. So, let me buffen kurz, drop, Zest, Zesthounden, yeah Tex-Mech, show me dein Tex-Mechs, was da on the Tex-Mechs here. Battle-Orders, Battle-Command, haha, Battle-Command, das Beste, das man treffen kann, soo, genial. Yeah, Tiger-Strike, Firewall, Critic-Strike, Live-Tap, Meditation, und Tornado. Ja, haha, luck of the day. So, jetzt nehmen wir diese, ah, oh mein Gott, so, dieses Schwert, dann hier, und dieser Bogen, hier. Ah, das lassen wir noch kurz. Zuerst buffen. Dann, MF-Equip an, und jetzt gehen wir noch ein bisschen die untersten zwei Hallen fertig machen. Ja, da seht ihr noch die Stats vom Skyrim, vom Boss-Counter. Ich könnte ja kurz Stop machen. หนatelös. Haha, wie. Vielen Dank.